Hallo an die Runde. Ich möchte euch jetzt einladen zu einem neuen Online-Seminar gleich am Anfang des nächsten Jahres, am 6.1. Und zwar zu dem Thema, ich hätte da mal eine Frage. Fragen, die immer wieder auftauchen in eurer psychomotorischen Arbeit, sind vielleicht die der Freiwilligkeit. Gibt es da eine Grenze, wenn ich doch möchte, dass das Kind gerne sozial teilnimmt und es zieht sich doch immer noch heraus? Oder wenn ich ein Angebot mal ganz strukturiert mache, ist das immer noch Psychomotorik? Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Frage zu Menschen, die ihr begleitet. Ich wäre total neugierig auf eure Fragen und würde mich freuen, mit euch gemeinsam in so einen Austausch zu gehen über Handlungsmöglichkeiten in psychomotorischen Settings. Dieses Angebot richtet sich vor allem an die von euch, die schon psychomotorisch arbeiten und der ein oder anderen Frage im Alltag immer wieder mal begegnen. Also, ich freue mich auf euch. Bis dahin.